Ein Effekt, den ich in den letzten 38 Jahren doch sehr oft gebraucht habe. Der Sound kommt meistens nach einem Blitz, das heisst, es ist ein Tunnel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017